Es ist eine alte Tradition. Dass er nicht mehr die Rolle einnimmt von einem Pflege, wo er sagt, ich provoziere hier auch ein bisschen. Freut mich, dass Sie alle mitklatschen. Es wird dort nur am Ende Frieden geben, wenn die Palästinenser einen Staat erhalten. Take it to the bridge now! Run an die Menschen! Run an die Menschen! Run an die Menschen! That last year's winner opens the contest with the winning song. Kommt, Chef. Ich bin einfach so ein Typ, der hin und wieder auch sagt, was als nächstes kommt. Kommt, Chef. Guter Regisseur heißt, dass die Protagonisten zu sich selber kommen. Kommt, Chef. Ich komme aus Holland. Kommt, Chef. Oh, ich will dich so sehr. Kommt, Chef. But this is a little bit, this is a little bit complicated tonight. Wie gesagt, er hat meinen absoluten Respekt, aber er muss sich ein bisschen locker machen. Tut mir leid. Zweite. Zweite Frage, was tut dir aus tiefstem Herzen leid? Das kann man, glaube ich, nicht mit einer bestimmten Tätigkeit. Jetzt zum Beispiel mit der Ferntearbeit. Und dann habe ich aufgrund der phonetischen Ähnlichkeit. ProSieben hätte sozusagen die Möglichkeit. Jetzt habe ich im nächsten halben Jahr natürlich nicht viel Zeit. Ihr seid. Because Lena is competing in the contest. Und zwar, wenn du noch einen Tag zu leben hättest. Nein. Wickblau haben sie sich in den After gesteckt. Gebetest du? Aber wenn du ihn tötest, Edna. Gebetest du? Crime. Gebetest du? Destroy. Eliminate it. And she has to concentrate on her performance. Yeah, so what can we do, Stefan? So what can we do? I don't know. Gebetest du? Was machst du? Gebetest du? Wer bist du? Vierte Frage. Wie viele wirklich gute Freunde hast du? Und dann gibt es da Aufgaben zu. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren. Wir haben schon ein Niveau, wo wir die Leute gerade so kurz halten, dass sie sozusagen noch überleben, aber nicht mehr genug Freiraum haben, um sozusagen drüber hinaus zu demonstrieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Und das ist nun mal mit sieben Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren. Maybe we can sing it. Herzlich willkommen zu Star Talking. Peinlich, eigentlich nicht unbedingt. Star Talking. Star Talking, genau. Star Talking, jetzt geht's los. Das macht sie. Das ist ein Stängel. Meine Fans sind die Besten, sehen super gut aus. Hübsche Mädels ohne Ende. Und auch gute Jungs. Ja, gute Jungs auch, sehen die auch gut aus. Ist nicht mein Ding, gar nicht. Ja. Was Dieter Bullens Ding ist, das erfahren wir gleich. Terroristen-Scoring. Ich habe gesehen auch, es sind zwei Tage der Training. Ja, schau, guck in der Training. Ich muss acceptieren, Kritiker. Ja, Ergerniskritiker. Fehler, ja. Man ist über das System der Training. Was versteht der Training? Was versteht über der Training? Huh? We can sing it. We can sing it? Yeah. Do we have a guitar? A guitar. Oh, there is one. Yes. As if somebody had known, there is a guitar. And so, what do we want to do now? Aber Sie denken doch bestimmt auch, ja. Ja, natürlich auch. Sagen wir mal, alberner als Golf spielen ist das auch nicht. Und seit kurzem auch. Damit die Trucker mich auch hören. Ähm, also ich bin, das sieht man ja auch, dass... In die Haare oder in die Jahre? In die Jahre. Haare ja auch. Ja, in die Haare auch. Dankeschön. Das ist nett von dir. Ich bleib bei dir dabei. Ja, Viola Rodemann von RTL auch. Ja, also nicht nur, sagen wir mal so, nicht nur wohlstandsmäßig, aber auch... Unsere Training ist stark, ist modern, ist auch ein Training gewinnen auch. Now, I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Alright. Okay, now. Now, okay. Take care. That last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? We sing it. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sing, 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 sing. Huh? We sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Alright. Okay, now. Huh? We sing it. We can sing it. We can sing it? Yeah. Yeah.